Hallo und willkommen hier bei unserem kleinen Zoo-Taccoon-Spiel. Let's build the zoo. Wir haben hier letzte Folge schon fleißig gearbeitet, unseren Zoo eröffnet und schon drei Gehege aufgebaut und reichlich Hasen und Gänse vermehrt. Die haben sich vermehrt ohne unser Zutun jedenfalls, das können Kaninchen jedenfalls sehr gut. Ja, aber nochmal gucken, wie wir hier so weiterkommen in unserem kleinen Zoo. So, wir haben jetzt schon die nächste Aufgabe wieder. Hier geht es über Schlag auf Schlag. Also es wird nicht langweilig, muss man sagen. Das Tempo ist in der normalen Anstellung schon recht hoch. So, hier haben wir einen Waldbrand, eine brennende Sorge. Es gab ein riesiges Feuer im nahen Wald. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Kannst du an uns spenden, damit wir so viele Tiere wie möglich retten können. Noch etwas, du wirst dich um sie in deinem Zug kümmern müssen. Okay, okay, okay. Spendet 1000 Dollar und nehmt an, kommt die Tiere aus deinem Wald auf. Ja, wir haben Platz genug, das machen wir natürlich. So, wo tun wir die hin? Wasserschweine kriegen wir. Okay. Dann tun wir die erstmal zu den Gänsen. Ah, du hast die Power, jawohl. Wir kriegen 200. Gut, Wasserschweine. Was machen wir mit Wasserschweinen eigentlich? Ah, hier könnte ich mal sehen, wie viele Tiere sind. Okay. Oh, da kommen sie. Eieiei. Ah, jetzt ist die Ticke bereits günstig. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. Piep, piep. Oh, da haben wir unser Wasserschwein. Zwei Wasserschweine. So, dann machen wir gerade Pause. Äh, Pause! So, hier haben wir das Matsch. Das ist das Matsch. Und äh, zweimal Smutsch. Ne, oder? Die sind ein bisschen zu nah beieinander. So, das checkt das Programm nicht. Pixie! Ah, Smutsch und Pixie. Wie erkennt sie nicht? Smutsch. Typischer Name. Ein Wasserschwein. Gibt es denn über die zu wissen? Äh, die brauchen die brauchen die für ein Gehege. Gras, okay. Dann ist das ja schon mal richtig. Gebietsraum 8. Also, Gehege mit mindestens 8 Gras sind dann wahrscheinlich richtig. Okay. Die größten Nagetiere der Welt sind wahrscheinlich auch die freundlichsten Tiere der Welt. Sie sind so unkompliziert, dass andere Tiere sie oft nur wie Möbel waren. Sie können auch im Wasser schlafen. Okay. Lebenserwartung 90 Tage. Wird 50 Kilo schwer. Ach, du Scheidner. Okay. Vier Tage Schwangerschaftszeit. Äh, das ist wahrscheinlich nicht über, äh, in der freien Natur. Oh, guck mal, so ein Vier-Sterne-Wasser-Schwein haben wir gekriegt. Das ist ja, wir haben ja Luxusschweine hier. Äh, Tage von Aktien. Genau. So, Ernährung, Gesundheit, Sättigung, Glücklich. Ausgewachsen. Okay. Dann müssen wir die allerdings mal in ein anderes Gehege bringen, weil das ist zu eng hier mit den Gänsen. Dann bauen wir hier ein neues Grasgehege hin, würde ich mal sagen, mit den Wasserschweinen. Acht brauchen die. Woher machen wir? Das wäre eigentlich so das Minimum, aber ein bisschen klein. Die werden ja wahrscheinlich irgendein größer. Dann machen wir das so. Das muss aber nicht geizig sein. So. Dann kommt da die Wasserschweine rein. So, hier nochmal ein bisschen Gras, dass es auch schöner aussieht. So drumherum. Hier auch. So. So. Was können wir hier noch dahin setzen? Da haben wir noch nix. Wasserpumpe. Okay. Was habe ich jetzt gar nicht geguckt? Gut, das müssten wir noch. Ich glaube hier war nochmal ein Mülleimer. Nicht schlecht. Und dann stellen wir da mal n'n Lug. So. Dann machen wir mal was im Gehege. Ne. So weg. Er ist aber trotzdem was klein, oder? Ach guck, das ist scheiße. Geht nicht. Was ist das? Objekte hier auch. Äh. So. So, ein bisschen größer. Können wir noch das später ändern. Dann bauen wir hier noch was rein. Wasserversorgung. Okay, wird mal abgedeckt. Das geht. Dann haben wir Wasser. Wasser schweigen. Die bräuchten ja wahrscheinlich eher Wasser, ne? Aber sowas haben wir hier nicht. So machen wir jedenfalls. So machen wir hier ein bisschen Gras rein. Kein Felsen. Die ist nicht ganz so lahm aus. Dann. Dann. Dann können wir noch die Bereicherung nachher reinschmeißen. So. Dann wo ist denn eigentlich unser Pfleger? Ein bisschen wenig, ne? Ich glaube, wir brauchen noch mal einen Pfleger. Gehen wir mal einen Bonus mal. Dann sehen wir, was das gemacht wird. Dann wird ein höflicher. Und ist zufrieden. Okay. So. Wir brauchen aber... Wir müssen mal Arbeiter suchen. Wir können das nochmal machen. So was hier. Geht's Ihnen hier noch alles, ey? Tierbestatter Schlachthofarbeiter? Okay. Hier. Rekrutieren. Jobangebot. Ja gut. Social Media. So. Versuch mal. Und dann kommt hier das Wasserschwein. Dann ein neues Gehege. Und dann das hier. Und die Pixi auch. So. Wir haben unsere Wasserschweine auch versorgt. Was hier? Dicke Preis. Zu niedrig. Oh. Der soll jetzt zu niedrig sein, oder was? Ich habe das Gefühl, wir haben immer mehr Kaninchen. Ticketpreis. Okay. Leute, die keine Karten gekauft haben. Die Karten gekauft. Ja, aber... Es gibt einige, die es trotzdem zu teuer waren. Okay. Aber dann... Ticketpreis noch erhöhe. Dann kommen ja noch wenige Leute. Ich wünsche mir, die Tiere mit Dinge zu spielen. Ja, die haben ja schon einen riesigen Ball. Willst du denn noch? Okay, die könnten noch was haben. Das ist richtig. Die kriegen jetzt hier... Einen großen weißen Ball. Nee, das ist Quatsch. So. Oder? Was bringt der? Kannst du irgendwie sehen? Nee, erstmal einen kleinen Ball. Kannst du nicht übertreiben. Das Gegend ist immer noch zu klein. Oh, Moment mal. So. Flomp. Ja. So. Was kriegen die für Futter? Stroh. Das reicht. Was ist das? Schnellbestimmung. Ja, wir haben genug Stroh. Haben wir auf jeden Fall genug. So. Da wurde auch schon mit dem Ball gespielt. Fröhliche Wassersteine. So. Lob ich mir das. Die sind auch sehr ungenügig. Die haben auch kein Problem. Sehr schön. Die Leute laufen ja einfach über... Hier gibt es Wege. Leute. Pfeif. Wieso pfeift das Wasser schon? Okay. Wir pfeifen uns ein. Ich muss noch mal ein bisschen gucken. Kameramodus. Ah, hier. Hä, da geht's nicht. So. Macht so viel mehr Spaß, hier zu beobachten, wenn sie mit Dingen spielen. Ja. Achtung, die überrollt die kleinen Granitchen mit diesen Riesenkugeln. Yes, das ist nur mehr. Waren die Schlangen? Die spielen echt mit dem Ball. Okay. Warum nicht? Oh. Na, überwerber Tierpflege. Hä? So. Was ist das hier? Werbung 2. Wir haben hier einen... Die Nippolito oder die Shayna? Oh, hier gibt es noch einen. Gehalte ist irgendwie alles gleiche, oder? Höflichkeit. Arbeitsnummer, das ist hoch, hier zufrieden. Hier ist es weniger. Hey. Kilowattverbrauch. Generiert 110. Das heißt, je mehr Strom wir erzeugen, desto weniger müssen wir dann auch zahlen, dann letztendlich. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir können also mit dem Strom auch Geld verdienen. Vier Leute von den 1 und 2 ist zu hoch. Naja, gut, aber 4 von 39. Kann ja auch mit Leben. Neue Aufgabe, B-Serie. Was? Du machst einen guten Job. Wenn du dein Konto schon auf 2000 bringen kannst, kann ich dir meine Freunde... Kann ich meine Freunde anrufen, um dir mehr Finanzierung zu geben? Halte 2000. Okay. Das war dann schon. Das schafft wir dann Gehalt. Ich war ja noch gar nicht so weit. Ich nehme den. Höflich ist er jetzt nicht so, aber der Rest ist gut. So. Das ist jetzt der Neue. Okay. Wie kriegt dann das hier? Genom-Spende. Lass uns den Zoo speisen. Was? Okay. Emanuel. Das ist unsere Forscherin. Was? Lass uns den Zoo speisen. Wir von der Monsanto Corporation. Haha. Möchten die Pläne für einen CRISPR-Splicer spenden. Seit der Entdeckung von CRISPR ist es möglich, Tiere zu erschaffen, indem du buchstäblich ihre DNA bearbeitest. Willst du einen Hippodil oder einen Schweineaffen, wenn du das Genom eines Tieres kartierst, indem du alle 10 Varianten eines bliebigen Tiertyps findest oder züchtest, kannst du deine eigenen Tiere erstellen. Also dann aus einem Hasen und einer Schlange einen Schlangenhasen. Genome können gespeisen. Genome können die Speis zu haben und Hybride zu erschaffen. Wir werden deine Forschung für die nächsten 68 Tage mit 15 Dollar brutalt finanzieren, oder? Die geben 1.000, dann kriegst du sofort. Oh Gott. Das kann ich mal schlicht, glaube ich. Lokaler Zoo entwickelt hier Spreißtechnologie. Ja, so kann es dann nachher aussehen. Oh Gott. Ein Flamingo-Reh und den Giraffofant. Gebildete Anleitungen zum Spreißen von Kaninchen und Schlangen. Ja, okay, ethisch interessant. So, das haben wir auch. Ein Tierpfleger steckt fest. Ah, Moment. Der Lagerraum. Kann sein, hat der auch. Hm, wie sollte der denn feststellen? Oh, was ist da aus, Meister? Der kommt doch hier hin, oder? Vielleicht die Bank hier im Weg, oder was? Dann machen wir die hier hin. So. Aber egal. Aus irgendeinem Grund kommt mein Tierpfleger nicht da oben hin, aber gut. Dann können wir hier auch nochmal einen Weg lang bauen. Dann sehen wir mal hier diese Pflastersteine wieder. Ja, dann machen wir hier noch Bäumchen hin, oder sowas. Ein paar Küsse an Themen. Da muss ich keine Ahnung laufen. Was ist hier das Problem? Ich will wieder den Eingang woanders haben. Dann eben so. So, dann können wir da die Tierbeobachtung sich einsetzen. Aha, jetzt hat der Teepfleger das Gähige gefunden. Komisch. Dann ist da irgendwas im Weg. Dann können wir das nicht ganz sein. Hm. Wenn dieses Ding mal nach hinten tun. Die Leute da wahrscheinlich dran vorbeilaufen können. Naja. Ah ja, hier haben sie ihr erstes Zeug gekriegt. Was immer das hier sieht. Strom zum Essen. Die größten, freundlichsten Nagetiere. Jawoll. Ah, die lieben die alle schon. Süß. Können wir hier in den anderen Zoos noch irgendwas abstauben? Was gibt es denn hier noch? Hasis, Gänseis und Wasserschweinis. Die können wir noch ein Wasserschwein retten. Oh, hier gibt es eine ganz neue Schlange. Die gestreifte. Okay, die holen wir uns. Die Wasserschweine hätten eigentlich Platz. Aber wenn ich da noch eins dazu... Nehmen wir, dann vermehren die sie auch noch wie die fliegen. Dann machen wir hier diese eine Schlange hier rein noch. Aber es reicht dann. Jetzt muss ich mich noch gegen ihn ausbauen. Mip, 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 mip. Gibt es hier ein Geburts? Okay. Jet. Auch noch eine neue Gans noch wieder. Okay. Ach. Tatsächlich. Jet. Das ist natürlich ein schöner Name für den Gans. 3.000, super. Ah ja. Tierpfleger. Gut, das hat ihr diese Riesenkugel und rollt euch dann mit Platz. Können wir den auch machen. Das ist ja nicht. So, dann kriegt ihr hier noch eine Monsterkugel. Viel Spaß. Also, ich kann mir noch was erforschen. So, was kann man hier noch machen? Komische Laternen. Hier haben wir die Zuchtstation. Ah, okay. Dann nehmen wir das mal. Dann gehen wir neue Bücher erforschen. Die Zuchtstation. Äh. Ist nicht station. Das ist... Was ist das? Oh. Ist das Böses? brennungsanlage sollte sich auch interessant an infostand das wäre auch nicht schlecht zu haben strom abzapfen netten paket backstein toilette neues toilettenpaket geldautomat gibt es auch unterkunft für baumann die schutzpakete das ist wie die tiere und transport in die richtung ok dann müssen die schutzpakete schon nicht mal erforschen dann können die u-bahnpakete erforschen okay das heißt wir kriegen ja noch mehr zu besucher das ist schon mal nicht schlecht hier ist die chrispa station knusper knusper oder dann riesen riesen dinge die da hin dann wird schlecht bezahlt und kann es uns forscher jetzt kommen wir noch bauen zucht stationen so man kann man da in hoffen den stürmer auch mal ein so momi man fisch Untertitelung des ZDF, 2020 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 und ein reines deko objekt das das ist ja sie ist wieder eine neue neugeburt ein bisschen viel hasen ist jetzt mittlerweile 13 von den einkaufspreis gefangener freigelassen muss hier los der illegale tierhändler wurde gestern freigelassen der seine strafe verbügt hat er sagte ich liebe tiere der lebensstil den sie mir ermöglichen wird schwer sei nicht zu meinen alten gewohnheiten zurück zu kehren aber ich sage in 1 ich vertraue dem örtlichen zu dadurch etwas weniger bau fünf essens geschäfte sunny neue aufgabe macht die von grey turbinen was generieren elektrizität in einer woche aufgabe ledigt das war jetzt einfach gerne weiter so essensboden war man aber dann muss ich jetzt mal erforschen ja ja noch irgendwo was die zuckerwatte gibt es hier noch da brauche ich 5 und das würde gehen so dann können wir hier zuckerwatte bauen hier finde ich was hier lasst mich helfen kauf ein bus auf kredit im kredit von 2.500 auf und erhalte den bus sofort anbot ablehnen noch mehr wird man noch mehr einnahmen kriegen dann gut noch noch dann kriegen wir plus ein pappel ok ok will einmal haben wir ist das hier schmutzung kann man ja auch gucken ok das hier regenerierte müllinfo hier prozent eigentlich auch so eine karte hausmeister maskottchen haben wir gar nicht tierpfleger die sind alle zubeteilt licht 50 prozent papierkorb ok ok dann kann man die oben noch einigen machen da mach mal einen lustigen giraffen einmal dahin was war das da je möchte gesehen haben ein regenschirm was ist das hier ein tiki heim hatte sie diese unterkünfte über die tiere hausmeister jutsch äh essen 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 hier was ne wo war das hier da zuckerwatte ok das würde lieber woanders ihn bauen im klo bewegen so 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 dann so 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 dann bauen wir noch weitere fressboten hin hier müssen wir noch mal gucken dass wir ihn noch mal die geräusche hier hallo und zuckerwatter gestammt kann ich noch mal die höchste süße meister bietet einen mittleren energieschub dieser geschmack hat jedoch übelkeit führt synthetik naturfarbe 70 kommen ein bisschen künstlichkeit nie geschadet als kinder 70 80er damals künstlich das hat uns auch nicht geschadet so also was wird jetzt das bringen hier irgendwie das dann mehr die schuhe wird das den preis nehmen leckere süße furchtbarer zuckerwatte hey jami jami viel spaß damit leute und die tieren zufügen weil sich bereicherung die hasis brauchen noch mehr bereicherung dann haben wir zu wenig essen wir machen hier noch mal aus karotten dazu die hasen das geht nicht genau dass man das so Ah, da müssen wir Eckpunkte setzen. So. Kommt die Müll ab vor wieder? Okay. Hat er nicht gemacht. Kommt der da noch ein bisschen. Gut, schon funktioniert. Jetzt haben wir zumindest ein größeres Hasi-Gehege. Ein bisschen mehr Platz. Warum haben wir was zu essen? Was ist denn hier los? Wir haben natürlich noch einen grünen Ball dazu. Habt ihr genug? Jetzt haben wir auch Anspruchsvolle Hasen hier. Mein Gott. Also... Jetzt ist es so leer. Wenig Wasser. Mhm. Mhm. Also die brauchen noch ein zweites Wasserbecken anscheinend. Okay. Da sind natürlich auch noch mehr Tiere drin. Okay. 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 Ja. 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 Ich bin noch ein ganz krank hier. Ich will sie jetzt mal aufs schnell machen. Dann hüpfen die Hasen wie die Wahnsinnigen. Ja. Wasserrandeband hier. Ja. Ja. Wasserrandeband. Das ist unser Thema. Und der größten, faultesten Nanetier. Das kann man wohl sagen. Ähm. Unser Tocht hier dauert aber auch. Oh. Oh. Es wird bald. Es wird bald. Okay. Äh. Gucken wir mal mal auf die Weltkarte. Gibt es hier noch irgendwas Neues zum Abstauben? Wasserschwein ganz. Ganz. Ja gut. Wir könnten noch ein Wasserschwein vielleicht dazu tun. So. Jetzt hier nicht so langweilig wird. Hier rein. Dann haben wir einen. Hier gibt es ein Wasserschwein Baby. Lulu. Das Wasserschwein Baby. Hallo Lulu. Das Wasserschwein Baby. Vielleicht sich Kacke fressen. Damit du Geräusche stark bist. Ja. Äh. 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 Wo laufen die denn hier rum die Leute? Sag mal. Die halten sich nie an die Wege, ne? Hier mit der 70er Frisur. kann. Das ganze laufen müde mich. Bleibt noch stehen. Du muss. Ja. Aber du kriegst noch mal ein paar Bänke hin. Bauen das ist wahrscheinlich ein Hinweis. Der darf nicht mehr kommen, ne? Der darf nicht mehr kommen, ne? Ich falte. Ich verwalte ein lokales Tier ein. Spende 5.000. Okay. Ja, gut. Machen wir. Dafür kriegen wir von der dann später neue Aufgaben. Kein Funktion mehr? Was ist denn los? Im Schalter variant. Wollen wir mal? Viele Küken jetzt hier bei den, äh, Gänsen? Wir sind mit Kot kaufen. Oh je. Was hat der hier? Beamte, eine Tierwohlfahrt. Oh oh. Tierbegegen... So. Vielleicht können wir den bestechten. wieder mit den Hasis spielen können. Oh. Hasis. Oh. So. Wenn sie davon nicht begeistert ist, von seinen kleinen kackten Hasis hier. Da kommt der Kuder schon her, den die Wasserschweine fährt. Ja, ja. 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 Die zweite Schlange. Äh. Hier ist einer. Ja. Du musst da gereichen. So. Bin mal gespannt, ob die Inspektorin jetzt zufrieden ist. Ich schätze das Chor A. Oh. Okay. Okay. Oh. Wohlvolle Übersicht. Haha. Also, ich bin hohe Erwartungen hergekommen und du hast sie erfüllt. Ich werde allen anderen Zoos sagen, dass sie sich den hier als Beispiel vergrutscht und den Umgang mit Tieren ansehen sollen. Da die Tiere haben auch zuverlässig erreichbare Wasserquelle. Alle Tiere sind gefüttert. Ron Hawk. Das sieht aber eher wie eine Frau aus. Und dann hinterrutscht. Ich spare mir die nächsten 30 Tage. Was sind nochmal Einkäufe? Mhm. Da handeln wir an und zu hoch. Es bringt für die nächsten 20 Tage ein zusätzliches Tier ein. Ne. Dann lieber das. Zu viele Tiere. Ich habe schon Platzmangel. Ja. Ich habe gelesen, dass es ein neues Baby gibt. Ja. Haha. Hi. Ein Wasserschein-Baby. Das ist ja knüffig, ja. Lulu. Unser Wasserschein. So. Haben wir hier genug zu... Also warum haben wir hier zu wenig Futter? Verstehe ich nicht. Wir müssen mehr Mehlwürmer kaufen, Leute. Äh. Sollen wir ein bisschen mehr Geld geben? Hütte zufriedenheit ein bisschen. Mal sehen. Was ist hier? Ticketpreise. Die dicke Breite ist zu niedrig. Jetzt sind hier los, Leute. Dann wollen wir den schnell mal erhöhen. Obwohl hier steht, dass weniger Leute... Machen wir das. Kommt doch mal ein Bus nach dem anderen. Alter Falter. Wie viele Hasen das hier mittlerweile sind? Hier liegt Dreck. Was ist das? Warum? Stopp. Wer ist das hier? Schlafsäge ist der Schwarzmann-Kindler. Tschüss. So. Den haben wir direkt mal angezeigt. Tierhändler da. So kommen wir nicht ins Haus. Ach. Hier können wir eine U-Bahn-Station bauen. Okay. Äh. Ich wollte eigentlich einen Giraffen. Social Tier. Äh. Habe wenigstens 60 Tieren anzug. Habe ich 60 Tieren anzug? Okay. Gut, wenn man die alle zählt, weiß ich nicht. Ich habe keinen Überblick mehr. Komplett. Ein Chaos. Mal mal den Müll einmal da hin. Mal den Müll einmal da hin. Mal den Müll einmal da hin. Ich bin da mit einer Krise. Ich weiß nicht warum. Da müssen wir aber genug Abdeckungen jetzt sein da mit den Eimern. Einkommen. Wow. Einmal richtig viel Geld verdient. Oh. Kreditrückzahlung. Naja. Okay. So. Äh. Äh. Das ist ja nichts mehr. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja eine Schlange eigentlich los. Was ist mit unserem Toastprogramm? Pflegefortschritt. Ein Tag. Hoch. Dinge zusammenbringen. Erschaffe einen Hybriden. Danke für den Bau des CRISPR-Einrichtungen. Jetzt helfen wir einander. Wir würden mal wieder eine Einrichtung benutzen, um Testhybriden zu erschaffen. Als Bonus kannst du alle neuen Arten behalten, die dadurch erschaffen werden. Ja. Vielen Dank. Wähle bitte aus, welche Tiere du kreuzt möchtest. Erschaffe einen Gans und Schlangenhybriden. Hm. Ach. Schaffe einen Schwein und Entehybriden. Ähm. Nehmen wir die Schlangen und Gans. Ich habe noch keine Ente. Aha. Da bin ich auch mal gespannt. Was ist das da? Äh. Riespa-Fortschritt. Okay. Also hier kommt da die Schlangenganz. raus. Äh. Okay. Sehr interessant. Hier dauert es auch nicht mehr ganz so lang. Mein Gott, das ist hier voll. Wie viele Leute sind hier? Die Müllmeer ist voll hier wahrscheinlich wieder. Zum Glück kotzt hier keine Mülleimer. Die in anderen Spielen. Pfeift. Hey, da pfeift ihr auf mein Zug. Ah, das neue Tier. Neue Dings ist angekommen. Ja, das Schwein. Herrgott. Waserschwein ist angekommen. So. Was haben wir hier noch schönes? Eine Gans. Ein Wasserschwein. Ein dunkles Wasserschwein. Wir haben eine neue Schlange. Die retten wir. Natürlich retten wir die Schlange. Ganz logisch. Dann müssen wir mich danach verkaufen kommen. So. Oh. Tschüssi. Oh, hier gibt es ein neues Dings als Futter. Sehr schön. Mülle mal mit benutzt. Sehr voll. So. Fehlt sich prozess schon fast voll hier. Wie das? Ah, ja. Ah, Forschung, Forschung, Forschung. Boah, ist das stressig hier. Äh, mit einmal haben wir hier. Slushy-Laden. Nehmen wir auch noch. Wollte ich immer schon mal haben. 5 habe ich noch. So. Was ist das hier? Infostand. Können wir noch mal gebrauchen und diesen neuen Häuser hier. Strom abzapfen. Bereicherung für Tiere. Trampolin. Ähm. Ein Trampolin. Okay. Oh, ist das denn hier? Schlachthof. Ne, 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 ne. Ich will keinen Schlachthof. Einen Eiswagen. War auch nicht so schlecht. Ich nehme Trampolin. Mal gucken, was dann passiert. Da bin ich immer mal gespannt. Könnt ihr das hier einbauen? Oh, wie viele Kinder sind das hier? Was ist hier mittlerweile? Ich verliere die Kontrolle hier. Ähm. Gucken wir mal. Trampolin. Im Ernst? Geht das hier hin? Warum? Ach du Sch... Moment, Moment, Moment. Das muss ich mir... Das muss ich mir genauer angucken. Die hüpfen wie die Wahnsinnigen auf dem Tramp. Ach du. Also wenn die jetzt keinen Spaß haben, ich weiß es nicht. Ei, ei. Ernährung. Okay, wir müssen vielleicht mal was an Ernährung machen. Aber das macht keinen Spaß hier. Ei, yes. Das ist... Fitterung. Das kriegen die dann nochmal alles. Okay. Ashley. Wasserschweinliebe. Ich bin nicht dankbar für deine Spenden. Gibt mir ein Wasserschwein. Was? Wie ich den drauf? Na gut, ich hab ja jetzt ein paar... So ist ja nicht. 30, 3, 11... Äh... Wir haben nur ein Männchen. Komm, da kriegst du Hoover. Und tschüss. So. Käpt'n Cola, neue Aufgabe, eine Cola pro Tag. Hallo, Käpt'n Cola hier. Ich muss einen Charakter bleiben und die ganze Zeit glücklich sein. Sonst feuert mich das Unternehmen. Also vergiss Cola, Koalas und hol dir die Cola. Äh... Wir wollen wegelnde Schwänze und größere Verkäufe. Äh... Was? Äh... Bitte maximiere deine Cola-Verkäufe. Wenn das Unternehmen seine Verkaufsziele erreicht, bekomme ich einen Tag frei. Äh... Und lass mich dir sagen, so einen brauche ich gerade wirklich. Verkaufer 50 Cola. Ihr habt's auch immer alle. Okay. Hey... Können Kaninchen... Äh... Gegen Wasserschweine, ne? Hm... Hm... Grüßt mich das. 15... 1,5... Komm, wir haben eine Karotten noch dazu. Dann sind hier was zufrieden, ne? Und äh... Kaufe. So... Womich das hat man das selber kaufen? Das müssen wir noch eigentlich selber verwalten. Die Pappen. So, komm, hüpft weiter, Freunde. Bing, 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 bing. Das ist bekloppt. Richtig. So... Wer wollte nochmal ein Schwein haben? Das gibt's. Die wollen ein Schlangen. Die wollen ein Kraninchen haben für ein Wasserschwein. Ah... Ich hab aber gerade jetzt drei. Ich hab's noch eins abgegeben. Neue Schlangen haben wir noch nicht im Angebot. Naja... Nehm' ne komische Gans hier. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Das Programm muss auch mal fertig werden. Ah, vier Stunden noch. Komm, dann machen wir mal Gas. Wir wissen, was für eine Schlange dabei rauskommt. Entschuldigung. So. Drei Stunden. Ah, die Zeit geht wieder wie im Flug. Und hier? Ah, das dauert noch. Okay. Dann kriegen wir unser komisches Schlangen-Gänse. Babys sind das wunderbarste. Fangen Sie rumhüpfen wie die Wahnsinnigen? Alter Falter, machen das die Gänse auch? Komm. Ich guck mal. Ich weiß es nicht. Komm. So, wir machen mal ein Gänse-Trampolin. Ich glaube... Äh... Äh... Ja. Die hüpfen sich. Okay. Das ist crazy. Aber das ist irgendwie auch süß. Ja. Doin, 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 doin. Scheiße. Boah, die können nicht immer fetter werden. Die sieht so riesig aus hier. Inzwischen. Die... Die... Also die springen sich ja... Die Gänse springen sich in den Wolf, wenn man das so zu sagen. Aber die Besuche find's süß, ne? Das ist natürlich dann der Vorteil. Bekloppt. So, wie war das mit der Cola? Ähm... Ich hab ja noch einen Slushy-Laden hin aufmachen kann. Stimmt. Ich wollte hier eh noch Ladenzahlen hinbauen. Ähm... Und hier... 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 Das kann es suchen. So... So... Äh... Gebe ich... Nur durch. Ah, was kann ich hier noch manipulieren? Ah... Guck mal, hier kann ich mehr Wasser oder, äh, mehr Brunnen-Eis dazu machen. Also mehr Wasserhahn oder mehr richtiges... Brunnenwasser. Ja, der Wasserhahn ist genauso gut wie jedes andere Wasser auch, Leute. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Gebt mir das die Scheiße noch mal was süßer machen. Ah... Weil ich... Das ist wirklich da mir hin. Popularität sieht man hier, okay. Wieso die Popularität von so einem Popcorn? Wo geht's? Oder bis sie gefuscht haben, aber... Wenn die keiner... Bing, bing, bing... Oh Gott, das ist voll... Oh... Oh... Da kommen wir hier... Reggie... Die Schlange... Zuchtstation. Puffy. In der Zuchtstation ist ein neues Baby geboren. Ein Baby aus der Zuchtstation würde er insgegen gebracht. Cashwrap. Das ist also Puffy, unsere neue Schlange, die wir aus der Zuchtstation haben. Okay. Und hier haben wir Reggie. Puffy. Einzige Männchen. Puffy. Okay. Das ist nicht satt, aber gut, wir haben noch nichts gefressen hier, ne? Haben die ein Problem mit dem Essen? Sekt. Ja. Das machen wir mal so. Das sind unsere Pflege müssen ja mal hinterher kommen. Hi. Capyri. Capybara, Capybara. Wie heißt das? Ja. Die kennen sich zumindest aus. Nehmen wir ein Baby wie Lolo. Das ist ja noch ein Trampolinier, aber nicht wahnsinnig. Ich finde hier den ganzen springenden Tierenseer. Das ist... Das reicht mir. Jetzt ist mal mehr, ey. Gut. Corona. Neuer Verkaufsrekord. Hey. Im Slushy-Laden. Slushy ist ja beliebt anscheinend. Groll. Was krollst du? So. Okay. Dann haben wir das Suchprogramm beendet. Dann nehmen wir uns hier noch die Schlange. Lied an. So. da haben wir noch einen automat so was ja gehüpfe hier jetzt haben zu wenig wasser mehr gänse mehr wasser oder was da kann man keinen kleinen see bauen oder was kommt dazu kann ja das ist natürlich möglich das ganze laufung bildet mich über der hebeben hat so tagesende wupp alle rennen wie die wahnsinnigen zum bus sehr schön was ist hier aufgabe köpten kohler wir haben es geschafft aufgabe endet dort viel spaß am urlaub ein tag muss reichen man kann ja alles sagen kann ein schwein verkaufen und ich will das schlangen schon angekommen damit wir rübschen darum hallo gut wie sie mir einnahmen nicht schlecht so forschungsstation ich habe ja erforscht dekopaketierstatuen die dekoration energie gut energie böse zucht werbung werbung hier wäre was oder da machen wir das auswilderungsstation welche tiere über die wildnis will der tiere wieder in die wilde sein hilft dabei biodiversität zurückzubringen und lasse die tierpopulation wieder steigen ok da wird noch mal moral punkte auswilderungsstation das haben wir hier noch brauche ich noch punkte die luxus toilette machen die netz bilder klo so ihr steil so eine luxushäuser den hier und die auch zugänglich sein und allen seiten alles so Das ist cool. das ried in den zaun springen auch nicht bei mir die spieler schön so wie fehlt die neue schlange da kommt sie schon der hochschrauber die fracht so kommt schmeißt die stange aus dem zug luft und ich werde gleich wieder los wir tauschen dann eine schlange gegen schweinchen ein oder hier kommen die hyänen für die haben wir uns ja schon mal vorbereitet aber der will die schlange haben kann man anscheinend nicht mit dem oder das liegt immer nehmen und tschüss ich bin gespannt wie die schweinchen sind hier hüpft wieder sich eine ganz verrückte hier ist es nur mehr der krispert noch vor sich hin okay jetzt ist nur schweine jetzt gibt es hier dachse dafür will der wasserschweine aber nicht jedes das ist ein spezielles haben gibt es hier naja hier kannst du schweine haben für oder wahrscheinlich eine andere schweine art die die jäden aber da habe ich nicht die passende schlange für das geht noch eine zichte mehr diese variante zu entdecken ich kann auch keine schlange hier müssen sie von selber vermehrt mein verkaufsrekord im slushiladen hey da los der der brummt hier richtig das sieht doof aus wenn man flieger hat mal flieger die jahre loben ok sandro kava bunga pizza ist radikal ich brauche eine gute alte pizza juts kannst du einen pizza laden anschaffen damit ich mit einem schildkröten pizza essen abhängen kann das hirn drauf ok wir brauchen einen pizza laden jetzt hernehmen habe ich ja gar nicht du vogel ja quack 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 erstmal forschen parkbewertung einrichtung durch schilder durch busse forschung dadurch kriegt man überall bessere wertung dahin bauen also die könnten wir eigentlich oder dahin bauen Oh, oh, oh. so ein bisschen in der ordnung hier ein bus noch mal an wie das klo und ihre nase pudern dann macht das was mit dem los ok wird dann die schweinchen sind noch kommen in zwei stunden ein bisschen gas mein gott die hasen kann ich mir nicht angucken das ist ja wahnsinnig die so viel spaß haben auch quali sie mit welchem spiel nehmen auch spaß interessant die haare die schweine die schweine kommen an so so herme glückliche schweine die wochen eigentlich gras was sie und andere ist judy judy und was sie hallo willkommen eurem schweineheim wo die gefallen ins alle nach hause gut in diesem bild der hüpfenden hasen und der schweinerei hier oben verabschieden wir uns bei dieser folge unsere zunge ist wieder gewachsen gibt immer viel zu tun also gibt echt hier geht der schlag auf schlag es wird einem echt nicht langweilig also es ist ein echter zeitfresser das spiel und hat gesagt 15 euro 11 da kann man echt nicht meckern komische geräusche die gehege noch ein bisschen ausfrieden was jetzt so ideal ist das hasen und ja dann bin ich gespannt was hier so rauskommt wenn seltsames tier was wir dafür brauchen ja dann bis zum nächsten mal vielleicht wenn ihr wollt hierbei let's build a trampolin zu ja und dann bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen bei bei ich weiß nicht